Hallo zusammen. Wir hatten ja in meinen beiden letzten Videos darüber diskutiert, mit welchem Sound man eine gesungene Stimme am besten interpretieren kann. Das Thema war über einen Musikfreund von mir aufgekommen, der ein großer Fan des kroatischen Cellisten Stefan Hauser ist. Diesen fantastischen Cellisten solltet ihr euch unbedingt einmal in YouTube ansehen. Er hat dort inzwischen 2,6 Millionen Abonnenten und ist dementsprechend natürlich international bekannt. Ich finde es ganz toll, dass er mit seinem Cello auch Popmusik spielt. In YouTube findet ihr ein Kurzvideo von ihm, da spielt Stefan Hauser einen Abba-Song I Have A Dream. Diesen Abba-Song habe ich kurz vor Weihnachten mit dem Kork-Keyboard eingespielt und versuche es nun noch einmal mit dem Genos und zwar im Sound von Stefan Hauser. Also die Melodie spielt ein Cello. Die Registrierung findet ihr übrigens gegen einen ganz kleinen Kostenbeitrag in meinem Webshop. Wie viele Dinge haben wir mit dem Gemälde gesehen? Hey, ich bin immer noch einmal mit dem Kork-Keyboard. Musik 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 Musik